Ich zeig's dir einfach mal ganz kurz. Also man legt es auf, du kannst es gleich alleine weitermachen. Genau, der höchste Punkt dann. Genau. Und jetzt geht man Step by Step dem Unterarm entlang. Und ab hier kannst du es gerne mal selber übernehmen. Ich übergebe dir es mal. Ja, okay. Und schau mal, ob sich irgendwas regt, ob irgendwas passiert, ob du irgendwas spürst. Es kitzelt ein wenig. Ja, das hört sich schon mal gut an. Und es wird deutlich wärmer. Das ist ein komisches Gefühl. Wie heißt das Ding nochmal? Das ist Keile und das nimmt dir den Schmerz. Aber ich finde schon toll, wie du jetzt lächelst. Das zeigt schon was.